Jau, hallo! Jau, Leibon! Du hast mich verwirrt. Einmal mit Profis. Ja, du hast gesagt, ich bin ein Profi. Ich frage jetzt aber nicht, in was. Warno, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ja, hallo! Falls das jetzt irgendwie untergegangen ist. Wiesel vielleicht, aber ich glaube, wir können das überpiepen. Ja. Hau ruck. Ja, wer schießt hier? Ja, hier. So, der lässt Wanzen. Lauf, da geht's bergab. Keine Weg. Wolltest du, dass du in den Kanal reingehst. Er hat Kanal gesagt. Da geht's nicht rein. Oh, das ist wieder so ein deppertes künstliches Licht, was so flackert. Ja, das ist sch... Ach, dass es aufhört. Was möchtest du mit der Lauter Oberbefußt angreifst? Immer mit meiner Nagelpistel ein bisschen ausprobieren da. Das ist ja gekauft. Ja, klingt ja cool zumindest. Wie ein Dagger. Ja, schaut aber schlecht so aus, ne? Ja. Und im Türkis auch noch. Ja, damit er ein bisschen witziger aussieht. Ja, der schaut schon so witzig genug aus, glaube ich mir. Hey. Hast du das gefunden? Was denn? Die Nachschublieferung? Nein, ich hab's gefunden. Die Nachschublieferung. Die Nachschublieferung. Die Nachschublieferung. Ja, super. Ich muss bitte jetzt forschen. Die Nachschublieferung. Und der hat Nutten zu uns gesagt, hey. Ja. Ich brauche auch Geld. Wo ist Alex? Wieso machst du aus dem Grat, dass er da ist? Na. Ich will ihn töten. Ach so. Gefindet's. Oh, ein Glück, dass Sie die Sterilisatoren gefunden haben. Ich brauche sie. Ich meine, wir brauchen sie. Dringend. Vielen Dank. So. Mir ist die Gang. Wo haben wir nächste Mission? Agent, wir haben einige Notsignale erhalten. Ehh, einen Moment. Boah, der klingt, Alter. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Ja, ich sende Ihnen die Koordinaten des Notsignals. Ja, aber halt die fern von mir. Wieso? Wieso? Vielleicht wird er wissen, was für eine Farbe das war. Und du könntest es ihm sagen. Oh. Oh. Gegner. Was heißt, was ist los mit mir? Ich hab da grad das Leben gerettet, du Pussy. Und davon ist was Grünes für mich. Okay. Irgendwo in der Seitengasse müssen noch welche drinnen sein. Ja. Da da. Oh, die Waffen macht richtig geil Schaden, zumindest auf kürzere Distanz. Was hast du glaubt, dass der Sniper hoffst? Ohhhhh. Ich bin besoffen. Alke. Alter, ich spiel da nicht GTA 4. Oh. So, ich traue mal wetten. Nein, da gibt es keine Abkürzung. Oder? Doch, sicher. Gehen wir durch den Quarantänebereich. Da gibt es sicher Abkürzung. Dann haben wir gleich die erste Nebenmission, oder was? Die erste Nebenmission haben wir gerade erledigt gehabt. Jetzt sind wir schon bei der zweiten. Okay. Ich bin verwirrt, wenn du mir da nicht erklärst, was ich machen soll. Wir nachlaufen. Mhm. Dann rennst du mir da wie ein Fackelträger mit dem kleinen Scheißding. Ja. Hey, da war ein Drogendeal im Gange. Ja. Oh, da geht es wieder bergab. Juuu. Der Verfolger holt auf. Bereich sichern. Na gut, machen wir mal. Das ist übrigens die zweite Nebenmission jetzt, gell? Okay. Okay, sterben alle. Noch Fragen? Ja. Ja. Unfair von hinten. Wie die Lemminge. Ich habe immer genug Schuss im Magazin gehabt, um alle Farbe zu begraben. Ist das Messer fertig? Ähm. Den Bahnhof betreten. Dann gehen wir drauf. Da regnet's, super. Die Sprinkelanlage, aber bitte. Stabunggenerator stabilisiert. Stabilisiert? Was heißt stabilisiert? Wir haben ihn eingeschalten. Äh, der rennt stabil, oder? Ja, der Mist. Ja. Noch weiter runter. Runter gesagt. Tiefer rein. Ja, tiefer rein gesagt. Geh weg da. Warum? Dass du beim Schussfeld gestanden bist. Ähm. Was gefährlich ist. Granaten! Weil ich war außerhalb des Explosions-Zeiters. Warum brenne ich? Erledigt ist noch! Alles klar! gut. Die Strache! Das ist ein Limit. Super, der ist. Widerste nicht zu wenn man sich in den Richtern. und wo ist dann aber und tschüss wochen tag was hast du jetzt für eine Das ist ein Scharfschützengewehr mit Autofeuer. Nein, das ist ein Sturmgewehr. Die SCAR ist ein Scharfschützengewehr. Eigentlich. Wir schauen uns einmal an. Gute Arbeit. Bleib stehen! Einmal! Es schaut trotzdem aus wie ein Sturmgewehr, das ist aber trotzdem ein Sniper. Ja, ein Sniper macht aber nicht das. Okay, dann nicht. Es gibt aber auch vollautomatische Sniper. Ja, aber die hat sicher nicht so eine Schussraute, denke ich. Und wenn doch, dann möchte ich sie sofort haben. Ach so, dann ist es die SCAR L, was du hast, oder? Ja, okay. Die SCAR H ist das Scharfschützengewehr und die SCAR L ist das Sturmgewehr. Okay. Okay. So, nächster Einsatz. 0,3. 0,3. Es kupft wie katscht. Mäh. Im Gegensatz, Fantastisch. Wollt das nurkett founding, oder ist das ein bekanntes Problem, dass da keine einzige Rolltreppe funktioniert? Ja, es funktioniert da so gut wie gar nex. Ich denke mal ja 100.000 Autos umeinander und es funktioniert. Wie kann ich das jetzt, wie Maps der Motor IIer. Ja, du 전� innere Benutzes otherton. Was ist der Links von dir schon da? Ja, ja, denke ich schon. Ah, da vorne sind noch welche. Jo, löbler! Wieder? Ja, du auch schon lang. Ja, ja, beim Gezett. Wenigstens wünscht der ein oder anderen was, ne? Ich hab dir auch vorher ein Gezett gewünscht. Also, gut. Wieso gar nicht? Doch. Nein. Doch. Warte, da pfeift irgendwo. Renn weiter! Wollt's spektakulär machen. Ui, da sind ein Haufen. Jetzt Spanisch mit mir g'schieft? Ja. Wird das immer so geil, wenn's an sie auf die Pappen haut bei Wecker rein. Hinter uns? Ah, hinter uns! So eine Sau. Da drüben sind auch noch welche. Da drüben sind auch noch welche. Den zweiten Alex. Das war jetzt wichtig, dass die uns da aufgewalten haben von eurem Interessenten, ne? Warte, da ist ein Echo noch herum. Es funktioniert. Ja. Du musst das aber aufsammeln, dann auch noch, wenn du noch einen aktivieren, gell? Okay. Und dann runter da. Ah, da haben wir wieder so eine Wasserpumpe. Zum Inbetrieb nehmen wir. Die löschen unsere Feuer schneller als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Dann haben wir wieder Elektroteile. Ja. Jatsch. Ja. 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 Danke. Ja. Das ist die Einsatztruppe, macht alles gleichmäßig. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. So. Warnung, die Kräfte näher an sich. Von oben auch. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Deaktiviert es schon. Von der rechten Seite. Warnung, Feindkraft in der Nähe an sich. Warnung, Feindkraft in der Nähe an sich. Warnung, Feindkraft in der Nähe an sich. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Ähm, wo, 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 da oben. Ich komme schnellst nach bis zu Barsen. Warnung, Feindkraft in der Nähe an sich. Kommst du klar? Ja, ja. Ich bin ja gerade ein Nachkämpfer von der Hauptkultur. Fast, Druck wiederhergestellt. Erst,fall. So, ich habe ein wenig gesagt. Irgendwann kommt ein wenig ensuite. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Druckst du das Ventil, neben dir? Ja Ich bekomme keine Gegner Ja, soll mir auch recht sein, wir müssen eh noch warten bis der Wasserdruck wieder hergestellt ist Sehr gut, fertig Ein bisschen Munition darauf sammeln, was umeinander liegt Das ist die einzige Nacht von den Waffen, die ich hab sie machen Nicht unbedingt so viel Schaden Deswegen brauche ich mehr Munition praktisch als du Ja du, mit der Klan, mit der MP, brauche ich auch ziemlich viel Munition, so ist es dann auch wieder nicht Da gehen wir auf Ja In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo Ja, das haben wir eh schon lange Hey, warte mal Da hinten liegt was blaues für mich Das war vielleicht von diesem Elite-Ding da gewesen da Hm, aber das renne ich jetzt nicht zurück, das wurscht sein Okay Wo ist das auch nach der Aufnahme? Genau, wenns.. nur da ist Wenns.. naja, verschwinden tut's an der An und für's nicht, aber vielleicht kriege ich etwas besseres noch bis dorthin soll da vorne sind wieder Gegner irgendwo Achtung von links Leute Versicherung Siehst Du die zwei Hände da hinten? Ja Da sind zwei Kisten die müssen wir bis dahin tragen Du hast aber nur die Pistolen in der Hand während du die Kisten trägst Dann mach ich das Du hast die stärkere Waffen zur Zeit Mhm An der Move! Alain ist das richtig mühsam, da kannst du es nämlich jedes Mal ablegen! Du hast eine gute Pistole! Der erste steht! Und der zweite ist auch schon unterwegs! Sehr gut! Warnung! Feindkraften näher an sich! Hier mit meinem K... ...mackett mit mir! Hehehehe! Oh, was türkises! Na, türkises sind diese... ...aussehens... ...geschichten! Ja, na, sagt das noch! Ja, wir haben über was gefreit! Ja, gefreit! Wo ist denn der hier verschwunden? Ist der im Haus versteckt jetzt? Jetzt kommt mir nichts! Der packt im Haus fest! Aha! Wurscht, lassen wir ihn da! Ja, wir müssen den Bereich von verbleibenden Gegnern zweifeln! Achso! Ja, dann gehen wir mal da weg! Vielleicht kommt er ja raus! Vielleicht kommt er ja raus! Ah, sehr gut! Was war jetzt? Keine Ahnung! Der ist an alter Schwäche gestorben! Oder so! Eben noch ein Hochgang gesehen! Ja, warte mal! Wir sollten da angeblich irgendwo... ...telefonaufzeichnung haben! Ah, da drüben ist! Das ist jetzt! Das Werkzeug kann man gleich zum Aufsammeln! Ich muss dann wieder mal ein Tutorial machen! für das Klopfen BK ab dem Motorrad Prozent 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 zwar liegen der Klinik einander aber das muss man schon wieder gegner ja glaubst du als Tod die Kampus oder hundertprozentig sein was er tot ist Das blaue Schüter ist dann die Hauptmission. Da liegt das blaue Schüter, ich habe es auch noch erwartet, da sind die Gegner, explodier schneller, okay, weil er so lange zum Explodieren gerade gemacht hat, ich habe gekauft, der explodiert schneller. Aber wie Schäde hintereinander gegangen sind, ja, Straßensperre haben wir wieder einmal, naja, Zombies, das war jetzt, die Mord können solche Einfügen, die Zombiesäuche, kommt vielleicht noch, Die Vision, da ist sie. Links oben. Machst du das Signal? Ja, ich bin da hoffe, da ist was für mich. Wo ist das Signal überhaupt, da oben? Fahrdruck. JTF Verstärkung anfordert. Warnung, Feindkraft in Ehrensicht. 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 Andere Seiten? Mhm. Irgendwann halt einmal, ne? Ja. Jetzt. Bumm, ich glaub da hat's jetzt einen zweiten mitgenommen. Ja, den was ich beschossen hab, der hat noch mehr Half-Life oder was gehabt. Ja, da rechts drüben. Mein neues Hobby, die Tanks zum Treffen. Wo ist er denn, da ist er. Na geh, hättest du mal seine eigenen Granaten sterben lassen. Warno, Feindkraft in Ehre an sich. Wieder von links. Die kommen immer von links. Oh, scheiße. Mein Scharfschütze gehört, keine Munition mehr. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, der hat er noch. Sehr fein. Ach, der auch die Waffen hatte bei mir, kann man jetzt ja mehr. Ja, da liegt jetzt ja einiges an Munition wieder umeinander zum Aufsammeln. Bei mir zumindest, und ich denke bei dir auch. Ja, meine Hauptwaffe ist wieder voll. Fast voll. So viele Munition haben wir da nicht gehabt. Ich glaube, alles was du einsammelst, habe ich dann nimmer mehr. Nein, aber ich denke auch, dass die Munition jeder für sich hat. Da haben wir den Schuss aufgehoben. Ja, so ungefähr. Wir haben gerade eine neue Ladungstheropor gebracht. So, haben wir gerade einen Nebeneinsatz daneben. Haha, Nebeneinsatz daneben. Haha. Welch ein Wortspiel. Ah, da liegt meine Munition. Jetzt hebst du einmal auf. Ja, da liegt bei mir gar nichts. Mal sieg's dann. Hat das glaube ich nichts damit zu tun. Das ist ja nicht wurscht, im Endeffekt. Satellitenverbindung. Ah, da hinten war wieder ein Echo. Aktives Echo Signal geordert. Das ist ein Evakuierungbefehl, Sir. Sie bleiben auf eigenes Risiko. Ähm. Moment kurz. Blinken. Haha. Nein. Ich glaube, das ist wieder oben, die Satellitenverbindung. Klittenverbindung. Agent. Wir haben Probleme mit der Antenne. Ja, müssen wir aufstehen. Ich lade die Daten hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Rotzen war, oder ob das das simulierte Krachen, das schlechte Fax war. Ich bin in einem Tunnel. Wenn man sowas nachdenken muss. Aus zufrieden gebracht, dann haben wir gleich meinen Oggsack auf. Aufentdeckt. Ja. Hehe, ich war schneller. Hm. Wenn die jetzt nicht schaffene Missionen mit der Zeit ausrennt, war auch mal wer schuld ist. Hm. Ja, du, weil es zu lange gebraucht ist. Ja, du bist ja noch voll. Ich mache alles auf währenddessen. Ich bin der Luther. Ja, ja. Muss ich jetzt echt... Nein, 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 nein. Da muss man noch runtergehen, da muss man noch runtergehen, nein. Komm schon, oh man. Da wird sich eben so ein hinteres Parcours herfallen lassen. Ui, da ist wieder eine Waffenkiste. Oh, ein blaues Schrot. Vor allem begann es sich, haben wir da schon hergekehrt. Ja. Genau. Luft. Ah, da ist ja eh der Schalter. Nein. Da sind wir reingekommen. Jetzt noch einmal. Dann da raus, da sind wir rausgegrenzt, das hat eh gepasst. Und da rüber vielleicht? Ah! Ja. Gefindet. Wenn du da rauskommst, links halten. Ja genau, und da drüber. Super. Super. Jetzt mit rum, ne? ... 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